Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Schafrisch Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, sie meinen Befehl zu widersetzen. So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nichts als Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält. Jahrelang hat das Militärmaleraktion nur verhindert. Es hat mit denen nur ein Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ich habe nicht ganz Europa erobert! Verreiter, von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volkchen. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich gewaltig. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Und dann wollen Sie das mal übernehmen. Und dann haben Sie es in der Kugel der Kugel. Und dann werden Sie es auch hier in der Kugel. Vielen Dank.